In diesem Video soll es um den sogenannten Linearitätssatz der Laplace-Transformation gehen. Dabei geht es um folgendes, wenn wir also die Laplace-Transformierte einer Linearkombination von verschiedenen Zeitfunktionen betrachten wollen, dann nutzen wir die Linearität von Integralen aus, um eine Vereinfachung herbeizuführen, indem wir nämlich zeigen, dass die Linearkombination als Laplace-Transformation eine Linearkombination von eigentlichen Laplace-Transformationen ist, und zwar lautet der Satz folgendermaßen, es gilt für die Laplace-Transformierte einer Linearkombination aus Endzeitfunktionen, die wir hier f1, f2 und so weiter bis fn nennen, dass die Laplace-Transformation von c1, f1 plus c2, f2 plus und so weiter bis plus cn, fn nichts anderes ist als c1 mal Laplace-Transformation von f1 plus c2 mal Laplace-Transformation von f2 plus und so weiter bis plus cn mal Laplace-Transformation von fn. Das heißt, wir bilden die einzelnen Laplace-Transformationen dieser Zeitfunktionen und haben dann als Ergebnis der Laplace-Transformation eine Linearkombination aus den Laplace-Transformierten Groß f i, wobei i gleich 1 bis n ist. Der Beweis ist relativ einfach, der folgt einfach durch Einsetzen in die Definition der Laplace-Transformation, wenn wir ja die Laplace-Transformation von c1, f1 plus c2, f2 bis plus cn, fn hier bilden, dann ist das das Integral von 0 bis und endlich über c1, f1 plus c2, f2 und so weiter bis plus cn, fn mal e hoch minus st dt mit einer komplexen Zahl s. Wir haben also hier wieder eine Funktion der Variablen s und jetzt können wir die Linearität des Integrals ausnutzen, dass wir nämlich das Integral einer Summe schreiben dürfen als Summe der Integrale und dabei dürfen wir noch konstante Faktoren jeweils vor das Integral ziehen, wie wir das hier gemacht haben. Also c1 mal Integral 0 bis und endlich f1 von t e hoch minus st dt plus und so weiter und so fort, bis wir schließlich bei cn Integral 0 bis und endlich fn von t e hoch minus st dt ankommen. Dieses hier ist dann die Laplace-Transformierte von f1, das hier ist die Laplace-Transformierte von f2 und hier hinten schließe ich die Laplace-Transformierte von fn, sodass wir das Ganze so schreiben können, c1 mal Laplace-Transformierte von f1 plus c2 Laplace-Transformierte von f2 und so weiter bis plus cn Laplace-Transformierte von fn und wir können dann hier diese entsprechenden Funktionen, die aus Laplace-Transformation auftauchen, hier einzeln hinschreiben und mithilfe einer Linearkombination darstellen. Wir wollen das Ganze uns mal an einem Beispiel anschauen und zwar nehmen wir mal die Ausgangsfunktion, also die Zeitfunktion f mit der Gleichung f von t gleich 17 plus 42 e hoch 5t. Die Laplace-Transformation von f ist dann die Laplace-Transformation von 17 plus 42 e hoch 5t und jetzt nutzen wir den Linearitätssatz aus und schreiben das als 17 mal Laplace-Transformation von 1 plus 42 mal Laplace-Transformation von e hoch 5t. Und wir haben in den vorhergehenden Videos bereits die Laplace-Transformation der konstanten Funktion 1 hergestellt, das ist nämlich dann hier durch 1 durch s gegeben, also groß f von s gleich 1 durch s und e hoch a t hat als Laplace-Transformation 1 durch s minus a, wobei dieses erste hier ein Spezialfall dieser zweiten Transformation hier ist. Und mithilfe dieser Korrespondenz, die durch das Deutsch-Symbol hier jeweils angedeutet wird, können wir die Laplace-Transformation von f von t folgendermaßen schreiben. Wir haben ja 17 mal die Laplace-Transformation von 1, das ist 17 durch s, plus 42 mal Laplace-Transformation von e hoch 5t, das ist 42 mal 1 durch s minus 5, also 42 durch s minus 5. Und dieser Linearitätssatz, der vereinfacht häufig die Berechnung der Transformation, ja, einer Laplace-Transformation bei einer zusammengesetzten Funktion, wie wir es hier haben. Und wenn wir die Laplace-Transformation auf Differenzialgleichungen anwenden, dann wird man relativ schnell den Vorteil des Linearitätssatzes erkennen.